Am Schluss muss man einfach einen Impfstoff holen. Ich denke, wenn wir in der Schweiz einen Impfstoff herstellen, werden wir als Schwierigkeiten haben, überhaupt eine überzukommen. Ah, hopp! Das ist ja viel einfacher gegangen, als es in die Gemeinden. Wenn es so weitergeht und bis jetzt sieht es wirklich fast deckengleich aus, dann ist in vier Monaten der hinterletzte in der Schweiz infiziert. Und das ist verheerend. Untertitelung des ZDF, 2020